Es war echt cool die ersten Missionen, bis ich in dieser behinderten Mission war. Behindert. Oh, gleich zwei, das ist schlecht. Was denn? Ach, hör mal auf! Das war nicht mal anderthalb Meter. Ach, jetzt aber. Kommen wir. Nein! Ich bin gesprungen, ey! Ich hab langsam keinen Bock mehr auf diese Sch***. Das ist mal ernsthaft. Dreh dich um, komm. Dann kann ich den nächsten von euch kennen. Dreh dich um. Zack, du Bastard! Oh, Sch***! Oh, Sch***! Oh, Sch***! So geil, dass man sich dann nicht bewegen kann. Als ob man sein Leben satt hat. Dann bewegt er sich einfach gar nicht mehr. Und lasst ihn dann einfach starr, wenn er mit einem Schwert angegriffen wird. Einfach starr lassen, das ist das Beste, was man machen kann. Okay. Vielen Dank.